Ja, mit den Vampirfähigkeiten, das ist mir zu komplex, liebe Leute. Ich hab's ja befürchtet, dass ich das nicht so schnell auf die Reihe bekomme. Oh Gott, da liegt der... Da ist schon der nächste. Ich werde auch schon die nächste Klinge aufschnappen. Ähm, wo hab ich denn mein Heilen hingelegt? Auf vier. Nein! So wird das. Und wo ist mein Schild? Wo ist mein Schild? Wo ist mein Schild? Wo ist mein Schild? Auf, auf, auf. Wo ist mein Schild? Hallo. Der Ma-schild. Was haben wir denn jetzt noch frei? Die 1, 2, 3. Ähm... Die 6 wär'n noch frei. Gott, dass ich mich da dran gewöhnt hab. Oh, die hat auch ne schöne Gesichtbemalung. Die geht schnell down. Die ist ein nochtiger Arsch. Bist auch direkt mal down. Das ist nix wert. Das ist Crap. Felsbrocken brauche ich auch nicht. Leute, 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 Leute. Was geht denn hier bitte ab? Ähm... Boah, komm mal von da an, nö. Oh, da müssen wir... Oh, ne Falle. Ich werd fast wieder reingelatscht. Toll, Patsch. Hier, diese silberne Ringe, äh, die sind aber auch überall verstreut. So, aufpassen wir, dass ich da nicht in die Falle latsch. Dann müssen wir wohl hier weiter. Ich weiß immer noch nicht, was hier drin sollen im Laden. Kleine Heilung. Beutel, Gold, ein... Oh, ein Goldstück. Das ist natürlich... Also sowas ist natürlich, äh, extrem viel. Wo sind wir denn jetzt gelandet? Wo geht das denn hier weiter, äh? Ach, du Scheiße. Ja, der Tod. Nein, nein, nicht so viele, ey. Die Hunde sind krass, ey, Leute. Auch wenn's nur Hunde sind, die wollen nur spielen. Steht der... Ja, und... Hier, Master of Disaster. Tierbeherrschung. So, ähm, ich hau mir ne Heilung rein. Einen schon wieder verdrückt. Leck mich, jung... Junger Vampir. Leute, Leute, Leute. Ich mach jetzt... Nein, da ist sie schon. Ähm, Schild war auf 6. Jawohl. So langsam klappt das hier mit der Kastenbelegung. Musst du mich ein bisschen rein... Ah, die, schnell dauern, das ist gut. Musst du ein bisschen reinfuchsen, dann geht das. Dietrich gut, Vampirstaub, Vampirrüstung. Ach, du Kacke. Oh, was haben die Viecher bei sich? Nee. Das Hundehalsband, für was ist das zu gebrauchen, ey? Hundefleisch kann ich kochen bestimmt. Oh, im Sarg schlafen. Ey, ungeahnte Möglichkeiten ergeben sich hier. Ein kleiner Seelenstein. Ein schäbiges Buch. Das sieht so nach Geheimgang aus hier. Muss ich da irgendwo was Geheimes drücken? Begräbnisurne, ist auch immer Gold drin. Was halt so in der Urne drin ist, ne? Keine Asche, auf jeden Fall Gold. Immer am Start. Oh, wer ist denn das hier? Schubidubidu. Ah, da geht's weiter. Das ist gut. Oh, und da ist schon das erste Rotwasser, ne? Ah, die Rotwasserquelle. Nice, nice. Was haben wir denn hier? Goldbeutel ist gut. Venaros Vulpins Tagebuch. Das nehmen wir auch mal mit. Das lese ich mir jetzt nicht durch. Ich kann mich auch am Arsch lecken. Das will ich lesen. Ich will spielen. Tintenfass. Keine Ahnung, für was ich das brauche. Deswegen lasse ich das mal stehen. Ach. Das wäre sicherlich einfacher, als eine Skoma-Grotte zu betreiben. Der Boss meint, dass es eine Art entweite Quelle ist. Ist aber keins. Wenn ihr davon trinkt, werdet ihr stärker. Aber ihr seid doch ziemlich durcheinander. Deshalb verwenden wir sie im Skoma. Gut. Verwendet ihr, was ihr wollt. Wer ist da? Wer ist da? Ja, ich bin da. So, ich schlag mir den... Ich rüttel schon mal auf. Scheiße, das war der Falsche. Wow, das ging fix. So. Ah, wo bin ich netz drin gelandet? Oh, scheiße, scheiße, scheiße. Da wollte ich überhaupt nicht hin. Ah, voll in den Brunnen geschmiert. Kacke. Oh, Stacheln. Au, au, au. Oh. Oh, Falle. Alter, leck mich. Ich bin gleich down. Ähm, ich hau immer ne Speicherung rein. Nichts, dass ich gleich hier krepier. Hallo. Ja, danke. Gott, das kostet mich. Was kostet mich das alles? Oh Gott. Bin ich vergiftet? Bin ich... Ich weiß es nicht, Leute. Ach, ich werd die ganze Zeit getroffen. Ja, von was? Bin ich froh, dass ich mal gespeichert hab. Nee, wo bin ich netz gelandet? Hallo? Hola, hola? Wo bin ich netz? Hallo? Hallo? Was ist denn mit dir jetzt? Äh. Achso, ich bin da draußen. Wieso saugt der mir so die Energie da ab? Äh. Aber wenn ich das gedrückt halte, saugt der mir damals ab. Nö. Keine Ahnung. Ähm, ich muss mich auf jeden Fall mal zurückverwandeln, weil so Kisten öffnen geht hier wahrscheinlich auch nicht in dieser Form. Ach, guck mal. Der hat auch wieder so einen Schlüssel. Und YOLT. Ja, also mit diesen Vampir-Skills, das raffe ich ja überhaupt nicht gerade. Tausend Fallen hier am Start. Ich wollte eigentlich da hinten nochmal in den, in diesen Brunnen da rein, weil da noch irgendeine Tussi drin lag. Aber es wird wohl auch nichts mehr. Da würde ich nicht lebend ankommen da hinten. So krass, wie das eben aussah. Ähm, da, 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 da. Dann gehen wir mal wieder hoch. Ach, du Scheiße. Ach, du Kacke. Ähm. Die Tür ist zu, das ist gut. Da kann ich mich in Ruhe verwandeln. Lass uns mal rauszoomen. Ne, so war das nicht geplant. So, den Todesund machen wir mal von hier fertig. Nein, das geht nicht. Wieso geht das nicht? Doch, Türen kann ich doch öffnen. Boah, der saugt ihn aber gut aus, ey. Das ist echt krass. Boah, ist der weggeflogen. Der wird Kacke. Ähm. So, wir sind gelandet. Wo ist denn der andere Wauzi jetzt hin? Da liegt auch noch einer auf dem Gabentisch. Bei mir an Weihnachten. Dann ding-dang-dang-dang. Oho, 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 oho. Da liegt der Wauzi. Verwandeln dauert immer ein bisschen. Und wo geht das hier hin? Da hinten ist noch ein Tisch. Ein Gabentisch. Was steht hier für ein Trank? Feuerresistenz. Nehmen wir mal mit. Vielleicht brauchen wir es nochmal. Mh. Da liegt auch noch ein Schälchen mit, mit. Salz. Jam, jam, jam. Ja, Leute, wo soll ich denn hin hier, bitte? Oh, da oben steht ja auch noch was. Ach, da geht's nach oben. Cool. Cool, 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 cool. Dann gehen wir mal da hoch. Ach, du Kacke. Wo sind wir jetzt gelandet? Ah. Ah. Ja, ich denke noch dran, mich hier mal wieder in so einen schönen Fledermaus-Schwarm zu verwandeln. Fledermäuse. Ha, 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 ha. Stark. Jetzt müsste ich mich wieder zurück verwandeln. Kann ich mir das auch auf irgendeine Taste legen? Das wäre sehr nett. Ne, das geht nicht. Schade. Äh, äh, so. Oh, verwandle dich zurück. Jawohl, jetzt mach das. Das hat sich mal gelohnt. Zaubertrank des Waffenschmieds. Stup, 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 stup. Ähm, ja, wenn ich mich jetzt wieder zurück verwandle und per Fledermaus mich darüber teleportiere, lande ich wahrscheinlich weiter hinten und falle darunter. Kann ich das auch gleich selbst erledigen. So, was gibt's denn hier noch? Begräbnisuhren? Beschädigtes Buch? Nein! Jetzt hab ich so ein scheiß Buch mitgenommen. Wollte ich doch gar nicht. Ach, die Nachtsicht wär jetzt auch schön, aber... Ne, ich muss mal hier wieder in die Ego-Ansicht gehen. Ist die Steuerung doch etwas besser hier, wenn man Sachen sucht. Ach, und jetzt sind wir bei der Tussi hinten. Ne, sind wir nicht. Ich dachte, wir kommen jetzt da oben im ersten Stock raus. In diesem Verkaufsstand. Aber die Kette können wir mal aktivieren. Noch mal eine Truhe. Was hängt hier? Können wir nicht mitnehmen. Gold! Ja, gib mir Gold. Ich weiß gar nicht, wie viel Gold wir jetzt schon haben. Ja, wenn ich im Kreis... Achso, ich hab mir das Tor aufgemacht. Dann war das doch nicht ganz umsonst, der Weg. Gut, dann gehen wir hier mal weiter. Gucken mal, wo wir hier hinkommen. Das ist die Quelle hier, oder wie? Ach, da geht's noch weiter. Haha, ja. Wir müssen mal die dicken Klubscher aufmachen, ne? Oh Gott, wo sind wir jetzt gelandet? Da hinten steht auf jeden Fall jemand. Wir verstecken uns mal. Ähm, Armbrust war auf 5. Kann das sein? Ich hab keine Ahnung, wo waren die scheiße Armbrust jetzt? 5, doch. So, wir legen mal an. Oh, jetzt haut er ab. Ey, das sind so blöde Penner, ey. Vampirmeister, nein. Oh, du Vampirmeister. Äh, Schwert hab ich auf 1. Aufstehen. Oh, ey, wie schein. Ah, lass mich doch am reichen. Ich hätte gerne Schild, das war auf 6. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wieso komm denn da? Hau ab! Du saust mir, Mann, tut mich aus, Alter. Doch, mach da, mach da, mach da, Alter. Hau ab! Äh, verdrückt, verdrückt, verdrückt. Ja, gut. Hat sich damit erledigt. Was war denn das? Sterbe ich direkt, geil. Super! Einen tollen Spielstand hab ich grad geladen. So, jetzt steh ich schon wieder hier drin. Ich sammle erst meine Energie. So, der geht auch drauf, das ist toll. Ah, das hätt ich ja auch nutzen können. Ich bin so doof. Ich will mich aber jetzt mal zurück verwandeln. Oh ne, oh ne, jetzt. Jetzt werde ich hier wieder abgesackt. Das war ein blöder Spielstand, den ich hier, ähm, abgespeichert habe. Leute, bringt mir das was, wenn ich hier in, 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 in Fledermausien mich verwandle. Ho, 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 so, einfach geht das. Geil. Ja, da müssen wir den ganzen Mist jetzt nochmal machen, liebe Leute. Tut mir leid. Aber so ist das nun mal. Verwandeln. Hallo. Danke. So, den Zaubertrank, den hatte ich beim ersten Mal überhaupt nicht über, äh, äh, gesehen. Und, oh nein, jetzt steh ich schon wieder hier drin, ey. Ach, da war eine Falle an der Kiste, oder wie? Wieso hab ich ihn nicht gesehen? Hallo, wo waren die? Wo war die denn? Keine Ahnung, liebe Leute. Ich hau jetzt auf jeden Fall mal hier ein Safegamer rein, wenn wir so halbwegs sicher stehen.